Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Siegelschachtel, die ich für eine liebe Freundin gebastelt habe. Und zwar ist sie auch mindestens so eine Basteltante wie ich und hat aber noch keinen Siegelwachs und keine Siegelutensilien bisher gehabt, weil ich habe diese Schachtel schon verschenkt und sie kam sehr gut an, wie ich gehört habe. Ich habe hier einfach eine kleine Versandschachtel genommen, die mir so in die Finger gefallen ist und habe sie über und über mit Distressed Buchseiten beklebt. Kleine Quotes rein, kleine Zahnräder und eine wunderschöne Frauenfeder, die ich von einer anderen lieben Freundin bekommen habe. Rundherum schräg geklebt, damit es auch einfach interessant aussieht. Ein bisschen Goldfolie, ein paar goldene Fäden zum Verschließen. Und ja, jetzt kommen hier die Siegelutensilien. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das sehr gerne und ich freue mich über einen Austausch in den Kommentaren. Hast du Fragen, Anregungen und Co. herzlich gerne her damit. Ja, und vielleicht hast du ja auch irgendwas zu Siegelwachs und Siegelwachs Benutzung zu sagen. Hier kommen nämlich die ganzen kleinen Gläslein, die ich gesammelt habe, gerade für die liebe Mandy in die Schachtel. Und ja, wenn man diese Siegelperlen mischt, dann kommen super coole Farben dabei raus. Ich bin wirklich gespannt auf ihre ersten Kreationen und bin natürlich auch gespannt von euch was zu hören, von dir was zu hören. Hast du auch schon mit Siegelwachs experimentiert? Ja, so ein herrliches Stofftaschentuch von Oma habe ich mit dazu gepackt und einen herrlichen Herzstempel. Passt meiner Meinung nach sehr zu der Beschenkten und ist natürlich ein kleiner Anfang, weil wenn man erst mal mit Siegeln anfängt, dann hört man so schnell nicht wieder auf damit. Und ja, wie man auch an dieser Schachtel sieht, Siegel passen ja einfach in viele Bastelprojekte einfach rein. Sei es Journals oder sei es solche schönen Geschenkverpackungen. Wobei das ist natürlich hier nicht nur einfach eine Geschenkverpackung, sondern einfach ein Aufbauwahrungsschachtel. Wenn man es natürlich mit dem Siegeln hier übertreibt, dann wird die natürlich schnell ein bisschen klein. Gut, der Trend geht natürlich zur Zweitschachtel und ich denke mal, wenn man sowas in der Hand hat, dann wird man sich wahrscheinlich schnell überlegen, eine Manny, ob man vielleicht auch mal sowas bastelt und auch in die Schachtelbastel-Egge gerät. Die ist sehr schön. Und ich finde einfach auch mit der Aufbauwahrung macht das Basteln gleich noch mal doppelt so viel Spaß. So, nun hoffe ich, du hattest auch viel Spaß mit diesem Video und bis bald.